Ja, im Moment sitze ich hier gerade mal ganz gemütlich. Ich habe mir gerade einen Tee gemacht und werde ihn gleich lecker schmecker schlürfen. Denn ich bin mitten in den Vorbereitungen zu Butterbuggy Fische der Teffin Talk. Diesmal ja richtig, richtig spannendes Thema. Diese Wahl des Präsidenten. Also ich muss ehrlich sagen, ich muss fragen, wie kann so ein Irrer überhaupt an die Macht kommen? Echt geht alles da in Amerika mit der Kohle? Oder was ist das eigentlich für ein Wahlsystem? Mein Gast, Nil van Zicklen, wird dem Rede und Antwort stehen und ich hoffe, er hat ein paar gute Erklärungen. Denn das, was da abgeht, ist ja nun wirklich etwas erschütternd. Also ihr Lieben, seid dabei bei der Live-Aufzeichnung am Donnerstag, den 11.08.18.15 Uhr ist Einlass. Und dann talken wir schön und haben ein bisschen Fun, denn es kommt auch Micky Wolf, der macht coole Musik. Und ja, seid einfach dabei. Und es gibt nur 25 Sitze, ne? Wer zuerst kommt, mal zuerst. Bis dann, wir sehen uns. Tschaui.